Schön, ja. Kann schon zufrieden sein, dass wir hier ein bisschen Technik haben und nicht irgendwie mit Brieftauben spielen müssen. Ja. Da würd' aber einige Brieftauben kreisen, weil's campen. Ha! Was ist das denn da? Ähm, nö. Kampschon! Ohne geschlossen! Alles Fotzen außer Mutti! Da kämpts schon wieder einer auf Schwul. Ohne Blindkundi gar nicht. Boah! Mir hat's jetzt aus dem Haus rausgefetzt. Ey, glaub da sitzt du an dem Busch. Flugzeuge! Jaaaa! Jaaaa! Ich bin doof. Jaaaa! Jaaaa! Ist auch nix neues. Jaaaa! üss. Unsere Drohne ist einsatzbereit! Unsere Brinderte, der Helikopter auf der Brich! Ja, natürlich! So ein Affenarsch! Ich sag's nicht mehr! Ja, ja, da ist keiner! Geh weiter! Ah, der hat sich selbst umgebracht! Scheiße! Los! Wo sitzt denn dieser Pisser? Ja, hinter der Mauer! Hm, Balla Balla Family kommt! Was kommt? Achso, ja, ich versteh schon! Balla Balla Family! Hast du mir nicht noch den Tag erzählt? Na ja, geht so? Ja, natürlich! Aber Balla Balla sind trotzdem! Mit der Neger Blöre abgeknarzt! Was sagt der immer Hund oder? Alter, ich komm nicht rein. Mein Schiedl ist zu groß fürs Fenster. Ja, scheiß Camper. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. umrennen einer ach gott oh gott oh gott so eine scheife ich hab einen helikopter und kann ihn nicht starten brav klar hallo nix hallo selber hallo ich höre dich nicht nach hinten hallo schätzchen schnitt 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 nicht mit ins Grab schnitt schnitt CLS Vielen Dank.